Ich lerne Deutsch. Nummer 9585 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Geschäft boomt. Mein Geschäft boomt. Wir werden es genauso machen, wie wir es gestern besprochen haben. Es wird keine Änderungen geben. Wir werden es genauso machen, wie wir es gestern besprochen haben. Es wird keine Änderungen geben. Engagement ist der Schlüssel, um jede Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Engagement ist der Schlüssel, um jede Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Yoga Übungen helfen Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Yoga Übungen helfen Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Literatur verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft Freundschaft im Geiste. Literatur verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft Freundschaft im Geiste. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. In Zukunft werden wir hoffentlich nachhaltigere Lösungen für unsere Umweltprobleme finden. In Zukunft werden wir hoffentlich nachhaltigere Lösungen für unsere Umweltprobleme finden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich weiß es können, dass alle die Leute noch wegschrauben sind. Geist inRETA�M-A-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den,